Macht euch bereit! Jetzt kommt Pinky, Elmira und der Brain. Und danach seht ihr Stuart Little. Zeit für Abenteuer. Der Boomerang-Ferienfilm nimmt euch mit auf die Reise. Das muss ich mir ansehen. Den Sommer über gibt es jeden Tag gleich zwei Filme für euch. Da! Affenstark, das war richtig gut. Geht in Urlaub mit den Peanuts. In Snoopy kommt nach Hause. Beobachtet exotische Tiere. In Kangaroo Jack, der Jeweelen raucht. Besucht andere Planeten. Mit Tom und Jerry. Abenteuer auf dem Mars. Danke Beethoven, du hast mir das Leben gerettet. Lernt einen ganz besonderen Bernadiner kennen. Ein Hund namens Beethoven. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Welt auf der Welt gibt. Erlebt spannende Abenteuer bei der Boomerang-Premiere. Ein Fall für die Bürger. Das und vieles mehr gibt es beim Boomerang-Ferienfilm. Täglich 13 Uhr und 20.15 Uhr. Nur bei Boomerang. Untertitelung im Auftrag des ZDF, untertitelungsjk ouvertes,